Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Weihnachts-Special dieses Jahr in Left 4 Dead bei der Map Last Gift und wer ist dabei? Ich! Genau, du bist mal wieder dabei, Benno. Und was schnappst du dir denn da gerade als Coach mit? Schönes Geschenk, ein schönes Geschenk. Guck mal, ich glaube, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, Feuerwerkskörper, oder? Ja, Feuerwerkskörper, nicht arm! Okay, das ging mal so ganz in die Hose, ganz gerade am Anfang hier. Boah, schön sieht's aber aus, oder? Ja, das ist herrlich. Wie haben wir uns gedacht? Und wir spielen zu Weihnachten für euch, mit euch hier, eine Weihnachtsmap. Wunderschön Schnee treiben und Häuslein mit ganz vielen Geschenken und Weihnachtsbäumen, auch schön. Schau mal, was hier für Geschenke unter Weihnachtsbaum liegen, das ist ja toll. Medikids mit Schleifchen dran, ja. Wie schön. Ich habe nämlich ein paar Add-ons für euch reingeknallt, deswegen hat der Coach zum Beispiel auch ein Hawaii-Hand an. Und deswegen sieht der Alice anders aus und deswegen habe ich auch eine Hava statt einer Rochelle. Ja, du hast einfach alles gemacht, ne? Alles was irgendwo noch. Ey, wir wollen ja demnächst auch wieder das Left 4 Dead Together starten, ne? Und ich habe so viele Mods drin. Das ist richtig krass. Ja, ja. Hier zum Beispiel die Waffe, die ich gerade aufgehoben habe, die gibt's gar nicht. Toll. So. Wie startet man die mit der Jukebox, oder? Ich weiß nicht, ich vermute es aber mal. Vielleicht sollten wir uns vorher noch mal ganz kurz umgucken. Ja, wir wollen uns gucken. Ja, ich will nicht aufs Klo, ich möchte hier eigentlich raus, wenn es genehm ist. Ich schon. Ich würde ja zu Weihnachten auch mal so schöne Medikids haben, ne? Mit meinen Eltern und so. Ach, mit Schleifchen? Ja, aber dann auch nur mit Schleifchen, ne? Die anderen Medikids, die will ich alle nicht. Du stehst auf Medipecs mit Schleifchen? Ja, das macht mich total glücklich. Ach, glaube ich. So, was liegt denn hier? Hier haben wir noch mehr Firework-Dinger. Hier ist ganz wichtig. Hier ist noch Munition, die drüben. Genau. Hier auf dem Balkon hier auch. Das ist wichtig. Okay, alles klar. Die drüben ist noch ein leeres Haus. Ja, irgendwie kann man einige gar nicht aufmachen, ne? Einige Häuschen. Hier liegt ein Granatwerfer, hier liegt eine, keine Ahnung. Den Granatenwerfer nehme ich mir zum Wohl der Allgemeinheit mal nicht mit. Hier liegt auch noch ein Defi. Boah, hier ist ja, hier ist der Geschenkeparadies, ey. So viel. Hier liegt ziemlich viel rum. Ja. Oh, hier oben ist auch ein Sniper, falls du die hier... Ah, guck, ich schwere da vielleicht mal vorbei. Grad weniger. Okay. Okay. Ja, wir wollen hier eben eine Runde Survival-Modus spielen. Und da muss man überleben, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir hier am Anfang ein bisschen eine Ahnung hätten. Und deswegen lieber mal einen Überblick verschaffen. Ich habe ganz vergessen, den Timer zu starten. Na gut, jetzt haben wir das auch noch. Ja, wird es halt ein bisschen länger. Ich meine, es ist Weihnachten, da kann man schon mal ein bisschen Überlänge und überziehen. Das ist unser Geschenk für euch, ne? Ja genau, Überlänge. Eigentlich könnt ihr jetzt vorspulen und nur die Überlänge euch anschauen. Das ist es. Ja genau. Gut, dann... Mal auslösen. Ins Grauen begeben und untergehen. Was sagst du, Fetty? Lass mich in Ruhe. Weil du so ein dünner Lauf bist. Jetzt machen wir einen. Los. Okay. Wir sind Waffen. Ah, alles klar. Okay. Und ihr hört es schon? Bei mir ist eine Luftsturz-Sirene statt dem Zombie-Horden-Sound. Ich glaube, es ist schlau, wenn wir hier rausrennen. Da kommen sie schon. Oh, die Frage ist ganz einfach, woher sie kommen. Dann können wir uns entscheiden. Ach, sehr billig für uns Left4Dead-Werteranen, hm? Ja, das ist... Oh, ich hab den Arcade-Wert vergessen. Na gut, das ist jetzt auch nicht wichtig, oder? Hm. Ja, und da gibt's ja inzwischen wieder einen, der funktioniert, oder? Ja, ich hab dir... Hab ich dir den geschickt? Ich glaub sogar. Ah, das ist ein Charger und der ist auf mir drauf. Also bitte rettet mich wieder nochmal. Ja, und wer hat's gemacht? Der liebe Alice im Endeffekt. Schön. Wollen wir uns vielleicht irgendwann mal irgendwo taktisch versammeln? Taktisch versammeln? Ich weiß nicht, ob hier oben so schlau ist. Von da hinten kommen bestimmt auch Gegner. Oh, Spitter. Da ist ein Jockey, ey. Da hinten ist es bitter in das Haus geschlichen. Ah, gut. Oh, fuck, da ist ein Tank. Wo? Warte, ich hab nicht... Oh, ja, ich seh ihn schon. Ich werfe einen Molly. Der hat einen Schneemann kaputt gemacht. Der Tank hat einen Schneemann kaputt gemacht, ey. Ich pack's nicht. Oh, shit, da kommen wieder neue. Ja, ich seh's schon. Komm, wir als alte Veteranen, wir müssen das so schaffen hier. Ja, vor allem, weil der Tank mich grad irgendwo hingeknallt hat. Ja, warte. Und ich fast weg bin. Zur Abwechslung. Und humpel. Ich versuch immer auf mich zu lenken. Ah, ist tot. Pillen. Jawohl. Meine Mini-Pack verhau ich noch nicht. Ja, hier kommt jetzt halt auf... Oh, danke Alice, aber... Vielleicht soll ich's nicht machen, wenn die ganzen Zombies kommen. Sehr schön. Also irgendwie ist die Ecke hier schon ganz gut. Solange sie nicht von hinten kommen. Das ist die Frage, ob die von hinten dann noch angerast kommen, aber... Du, raus hier. So, ah, Machete, geil. Schön. Ich glaube, es ist wieder so eine kleine Pause. Oh, warte, wir sind's bitter irgendwo? Ja, ja, ich seh ihn schon. So. Ha, weg damit. Charter. Oh, da kommen sie schon. Hör mal, Molly. Ah, der war unglaublich schlecht geworfen. Ja, verbrennt keiner drin. Hast du gut gemacht. Warte, ich renne mal auf die andere Seite. Vielleicht kommen sie dann... Oh, lass mich doch in Ruhe hier. Ich hätte nicht mehr geschafft, das Feuerwerk auszulösen, aber jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Dann, dann, Überlebende. Ich krieg dich, ich krieg dich. Oder lauf einfach vor den anderen weg und sterb dadurch. Ist das nicht weihnachtlich hier? Ja, vor allem mit den ganzen Zombies, ey. Wenn ich ne Apokalypse haben will, dann nur im Schnee, ja? Ja, Weihnachten 2032. Sicher, dass da schon die Apokalypse kommt? Ah, und der Hunter mit dem Assassin's Creed-Shirt hockt auf mir. Ah, okay. Ja, ich hab nur noch 12 Schuss, dann nehmen wir mal ein bisschen Munition. Ey, wie geht denn das eigentlich, dass da so viele... mehrere... Zwei Smoker mindestens waren da oben jetzt. Wir können aber von mir aus auch echt öfter mal ein Survival-Map spielen. Irgendwie macht das Spaß. Gibt halt kein richtiges Ende, das heißt, je nachdem wie gut wir sind, kann das dauern. Ja. Ob wir jetzt allerdings so lange überleben, wage ich zu bezweifeln, daaa. Ah, warte, warte, warte. Ja, danke. Ich hab mich dran. Ich bin einfach so geil, Alter. Der Tank hat mich grad ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, jetzt muss ich endlich mal das Geschenk von meiner Modi benutzen, das nette Medi-Pack. Ah, ja. Mit dem Schleifchen. Oh, Jockey, 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 Jockey. Oh, danke. Oh, fa... ey, wieso hat das jetzt mein Heilen abgebrochen? Oh, da ist noch... warte. Oh, gut. Das interessiert mich nicht. Ich bin so egoistisch, dass ich mich erst fertig heile. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich seh die schon. Aber das ist... Und du hättest diesen Spit? Ja, ja. Ich bin nur durchgelaufen. Ich hab das gut hingekriegt. Boomer, weg. Alice will schützen, der einen komischen anderen Skin drauf hat bei mir natürlich. So. Oh, Gott, das wird aber... Das wird aber... Jetzt mal... Lass uns doch... Lass uns doch über ein weihnachtliches Leben reden. Ich bin im Haus. Mit dem Smoker. Im Haus? Ja, komm, Heather, rette mich doch. Rette mich, Heather. Ja, danke, ich bin fast tot. Okay, warte, Alice is down. Ah. Oh, shit. Was mach ich denn da? Ich hol mir eine Sniper. Alice ist tot. Oh, nee. Und ich brauch Hilfe, hier ist ein Charger. Alice ist tot? Ja, und ich brauch Hilfe, dringend. Oh, 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 sorry, 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 scheiße, ey. Ich hab grad... Okay, das ist echt... Das ist verdammt knapp. Ich bin angekotzt, ich seh kaum was und bin rot. Und ich bin der Spit. Oh, wir sind die Pros. Los, die NPCs müssen uns retten. Okay, Rochelle rettet mich, warte. Echt? Sehr schön, ja, geil. Und danach müssen wir uns unbedingt gemeinsam zurückziehen und heilen. Wir gehen dann ins Haus zu dem Weihnachtsbaum, okay? Ja, okay, warte, oh, fuck. Da ist ein Tank. Och, nee. Och, nee, wer kam jetzt auf die Dänen, Tänke reinzubringen? Ganz ehrlich. Ich kann mich, warte, ich muss sagen... Warte, ich kriege ihn noch rechtzeitig weg, nein. Okay, noch eine Runde, oder? Ja, das war ein bisschen kurz, wir versuchen es nochmal. Wir haben aber immerhin die Bronze-Meteilie gekriegt, also das ist... Das ist gut, ja. Ja, waren aber erst jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Minuten. Schau, die haben jetzt auch ihre Bescherung. Stehen um unsere Leichen rum. Och, wie schön. Ja, echt. Oh, das ist wie Weihnachten. Richtig. Das Bitter ist das so am Schlabbern. Blablabla. So, die AK war aber ganz gut. Den hat es gefreut. Oder warte, ich nehme mir die M16 rum. Ah, hier geht's ja nicht raus. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, ne? Dann bin ich auf dem Klo gelandet. Das war nicht so geil. So, also unsere Bestleistung ist bisher fünf Minuten, sagen wir. Wir runden mal ein bisschen auf. Ja, das kann man toppen. Auf jeden Fall lässt sie das steigern. Ja, da wäre schlecht, wenn nicht. So, M16. Ja, wirklich. Vielleicht ist es mit ihr besser. Ich nehme jetzt auch mal M16. Krickert Schläger. Oder sollten wir vielleicht wirklich verschiedene Waffen nehmen? Ist das schlauer, wenn wir verschiedene haben? Ich glaube nicht. Rochelle hat eine... Oh, was liegt die Klinierung? Boah. Alter, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt schnappt der sich für das geile Gewehr. Ja, ja, ja. Das geile LMG. Ja, okay. Dann haben wir zumindest abwechslungsreiche Waffen. Aber eigentlich sollten wir uns das aufheben, oder? Nee. Ja, oder... Nee? Das dauert doch so lange zum Aufheben, oder? Ich weiß nicht. Nee, 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 nee. Oder... Ja, okay, leg's nochmal hin. Aber wir können uns auch Munition holen, oder? Das kann man nicht nachladen. Warte. Bei dem kann man keine Munition zusätzlich holen, dann. Ich habe Angst, Zeug. Achso, dann lass uns lieber das mal hier liegen lassen. Ja. Aber wir müssen dran denken, wenn es dann kompliziert wird, ne? Ja, ja. Und zwar schon bevor die ganzen Zombies kommen. Also, wenn wir merken, oh, es wird eng, einer liegt am Boden, einer ist tot oder so, dann gleich das Gewehr holen und nicht erst, wenn man selber am Sterben ist. Okay. Wollen wir mal aufs Dach gehen, oder? Hey, ich wollte jetzt eigentlich... Achso, können wir wirklich aufs Dach, oder können wir bloß in den oberen Stock hier? Obers Stockberg hier. Hm, ist halt die Frage, wollen wir... Oder, also aufs Dach geht's auch, aber... Oder, oder? Ja, doch, geht. Wollen wir auf dem Dach bleiben, dann? Können wir versuchen, ja. Wir versuchen es auf dem Dach, okay. Dann springen wir halt runter. Wenn einer runterfällt, dann starten wir halt den Bodenkampf sozusagen, okay? Hm, ja. Du löst aus, ne? Jo, ich geh schnell runter. Gut, gar nicht. Also, ich löse aus. Ja. Ist ausgelöst. Ich hör's. Ja, ich auch. Luftschutz-Sirene hat Stil. Oh, du siehst sie anscheinend auch schon. Ach, stimmt. Ich sehne auch schon den Jockey. Einen Jockey. Vielleicht ist es hier oben nicht mal so blöd. Ich mein, Zombies sind naiv. Vielleicht denken die, wie, wir sind woanders. Ja. Oh, wo kommen die Schüsse denn jetzt? Genau. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab Alice. So, gut. Das ist nur blöd, wenn jetzt da unten ein Smoker kommt und uns runterzieht, ne? Ja, dann wird's auf den Boden verlagert und ändern wir unsere Kriegsstrategie. Hab ich ja schon angetrückt, angesagt hier. Oh, der Charger, der hat aber Pech gehabt jetzt, ne? Da kann ja auch hier hochklappen, oh, der kann auch hier hochklappen, oh, 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 oh. Naja, das war knapp, ey, ne? Das ist immer wieder mehr Glück als Verstand gehabt, ha, 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 ha. Oh, das ist ein Tank. Oh, nee, ich mag die Viecher nicht. Sehen die bei dir nicht auch anders aus, oder? Nee, den Tank hab ich nicht geändert. Oh, hat der? Weil da hat mir keins, keine Veränderung gefallen, sozusagen. Achso. Oh, 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 oh. Oh, das ist aber... Oh, shit, owa, 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 owa. Oh, fucking, alter. Was, du bist gestorben? Aber in dem anderen Haus ist es ein Defi, also... Du denkst, ich krieg... Du denkst, ich komm bis zum Defi durch, sag mal, bist du des Wahnsinns? Ja, das schaffst du schon. Ich krieg grad meine eigenen Typen. Wie soll ich das jemals schaffen? Oh, hinter dir ist ein Splitter. Ja, die können ja zum Glück immer nur in Zeitabständen spotzen. Ist kein Ding. Wo war der Defi? Sagen wir's. Der ist in dem Haus, was da jetzt... Oh. Oh, nein. Ich hab doch auf den geschossen, wieso geht der nicht down? Rochelle, Alice... Danke. Okay, alles klar. Oh, nee, aber die nächsten kommen gleich, ey. Heilen, 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 heilen. Weil dich einfach... Also, wo ist der Defi? In dem Haus neben dir, in dem Haus neben dir. Hier drin. Nein, nein, andere Seite. Da ist aber der Tank im Weg. Ja, der rennt vorbei. Wie ist es grad eigentlich so zuzuschauen, meinen Spielkünsten? Also, es ist, äh, erschreckend. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Scheiß auf Rochelle, rette mich. Oh, nachher. Oh, ey, jetzt kommt wieder alles zusammen. Ja, ich glaub, die Runde können wir noch mehr vergessen als die andere. Okay, 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 okay. Nein, nein, wobei, wenn ich alles noch krieg, dann... Nein, das war's dann. Alice hat grad übrigens selber den Geist aufgegeben. Ich würd sagen... Mach mal noch einen letzten Versuch. Ja, wir haben doch ja bisher erst... Zeben Minuten oder so. Ja, ja, eben, sag ich ja. Einen Versuch machen wir noch. Oh, vielleicht auch zwei? Naja, je nachdem, wie es jetzt läuft. Ich mein, wenn wir jetzt immer schlechter werden, dann hab ich keine Lust mehr. Ja, das... Das ist die Motivation im Keller, du. Jetzt, jetzt nehme ich die AK wieder und wir gehen nicht mehr aufs Dach. Dann werde ich wieder runtergeschmissen und... Dann gefährdest du wieder die ganze Mission, ja? Ja, scheiße. Das lag eigentlich nur an dir. Ja? Ja, scheiße. Du hast es hier verhauen, Mensch. So, wollen wir direkt mal... Ja, wichtig ist, dass wir zusammenbleiben. Soll ich starten? Ja. So neben dem beschaulichen Kamin. Ach, du wärst jetzt im Haus geblieben? Ich werde... Können wir auch mal versuchen. Oder nein, draußen hatten wir irgendwie Glück. Also, lass uns einfach mal... Ja, komm, wir gehen zum Parvion. Ich glaub, das ist im Schlaußen. Da war irgendwo ein Smoker hinten. Ich weiß, ob ich den erwischt hab. Ich versuch manchmal das Feuerwerk auszulösen, aber es geht einfach nicht, ey. Oh, das war aber knapp hier gerade. Ja, ich hab schock... Aber ich wäre bereit gewesen zum Schießen, also... Hab schock gesehen, dass du von irgendwas weggezogen wirst. Aber ich hab dem auch schon irgendwie so ein halbes Magazin da reingedrückt. Das ist das Problem an den Waffen wie der AK und der M14, dass die einfach so schnell leer gehen, ey. Zum Glück sind wir hier direkt beim Munitionshaufen. Gut, die kommen wieder von da drüben, schätze ich mal, über die Straße. Oh, Tank. Ja, dann eh kommen da nämlich jetzt echt mal das fette Gewehr. Und kriegt gleich mal den Brocken ins Gesicht, ey. Guck mal, zur Seite. Ah, egal. Ah, also mit dem kriegt man's ganz... Jetzt kannst du wieder weglegen. Genau, jetzt... Nehmen wir das immer für die Tanks, ey. Das ist doch gar nicht blöd. Das ist voll schlau. Genau, und die Zombies rennen gerade ins Feuerwerk. Ins Feuerwerk, ja. Ich hab das einige Male versucht auszulösen, aber ich treff's nie. Ah, jetzt hab ich's auch getroffen, aber jetzt bringt's halt nix mehr. Ja. War doch gut. Ja, für die zwei Zombies. Das, was ich gerade angeschossen hab. Für die zwei Zombies, ey. So. Ups. Einmal draufziehen. Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey-Jockey. Wir retten die. Oh, jetzt kommen sie doch von hinten auch noch. Sehr schön. Also wir müssen mindestens unsere 5 Minuten nochmal knacken. Ja, dafür bin ich auch. Oder wir sollten es versuchen, sie zu knacken. So, als nächstes werf ich mal an den Pipeline. gut dass wir bei zwei sind könnte noch dauern ja ich habe es bitte noch erwischt geil da ist irgendwo ein smoker richtig haben aber eine luftschutz sirene jagt die nächste gibt es doch gar nicht so wer ist der platz jedoch gar nicht so blöd ganz ehrlich aber weniger ja von hinten kommen immer vereinzelt zum wie es das geht nur ich finde ich auch da dort ist trotzdem nicht persönlich auf mich drauf gehen du scheiß wie ich jetzt nur noch die axt das hat sich viel merkbar gemacht nein wo auch weil ich keine munition mehr in dem scheiß ding hatte kommt er lässt sich doch bestimmt von der piste erledigen du fisch so sehr schön danke benno ich bin dir zu ewigen dank verpflichtet okay ja okay den kriegt er weg sehr schön ah noch ein tank Hilfe ja komm einmal Shotgun hier komm und schon mal ein tank ey ich pack's net ach shit ich liege ich bin auch im feuer ich bin auch im feuer helf mir schnell ich muss erstmal Alice retten oh nein ey bei mir ist es knapper das war's das war's geil eine allerletzte Runde komm wir müssen uns die Zeit übertreffen ein scheiß war das das ist so schlecht naja 15 Minuten haben wir voll dann müssen wir also machen wir noch eins oder nicht komm ja eins noch eins noch okay aber das ist die allerletzte oh mein Gott und wenn die schlecht läuft und ich den ganzen Tag gekränkt und verärgert bin dann bist du schuld okay ist das ein Deal ey ich find das so unlogisch dass die Jukebox die Zombiehorden anlockt ey das ist absolut realistisch jetzt sag ich nichts gegen das Spiel ja okay wobei man halt auch drüber diskutieren kann ob Zombiehorden realistisch sind ja ich hab neulich gelesen dass es anscheinend dass Wissenschaftler anscheinend jetzt schon Gehirnparasiten entdeckt haben die sowas ähnliches wie Zombies hervorrufen können wie man es halt im klassischen Sinne versteht das ist ja beruhigend sehr beruhigend jetzt raten wir auf welcher Seite die Seite ist gerade in aller Munde fachstastisch so muss ich mal anschauen da kommt nur Scheiße aber echt und aber echt Angeberwissen vom allerfeinsten bringt sich immer gut dann hier soll ich auslösen ich löse aus haha Morgenkinder wird's was geben denn jetzt kommen die Zombies Party time da sind sie ja schon die liebe Meute Bescherung liebe Kinderlein war die auch alle nett zum lieben Santa ich habe ja auch noch was anderes aufgenommen für Weihnachten ne würde ich nur sagen ach so jetzt mal Werbung für deinen Kanal hier einstreuen ne ne doch ja klar guckt alle mal in meinen Saints Row Let's Play war ein schönes DLC ach soo ok jetzt weiß ich auch Bescheid ey die Bumas geht so kacke hinterm Baum ja jetzt habe ich ihn erwischt Gott was anderes wir abgesprochen haben das kommt noch ok ne auf unseren Kanälen gibt es zu Weihnachten einiges zu sehen kann ich auch mal einstreuen dass ich auch noch was besonders auf meinem Kanal habe kommt an Weihnachten direkt also wenn ihr das Video seht ist es schon rausgekommen ok ja ich sehe gerade auch den lieben Tank aber da war noch ein Smoker auf dem Dach der hat mich eben gerade aber der hat schon losgelassen irgendwie ja er ist halt nett er will dir auch was zum Fest schenken weißt du ich werfe jetzt mal eine Pipe das ist ein bisschen nervig das ist gerade ein bisschen viel ja das ist eine gute Idee ich höre mir mal eine neue wir sollten viele Pipes werfen das haben wir irgendwie gar nicht so gemacht ne wir sollten ein bisschen zusammen rumgehen das ist das wichtigste was wir nicht gemacht haben ok aus der Hütte müssen wir auch raus das ist nicht schön hier ja weil das so ein Asylantenheim Dingsbums hier ist ey ziemlich abgefuckt ne ich habe einen Molotoffen finde ich nützlicher Flächenschaden ach so ja ich finde die Pipes besser Char Char oh hinter dir ist ein Jockey warte ach ganz dank sehr schön und immer regelmäßig Munition holen sonst geht es dir wie mir nach dem Tank ja oder wärmten Tank das war ja das Problem danach wäre ja kein Ding gewesen ja das ist mir aber auch passiert gut 3 Minuten müssen wir noch ja um Rekord zu brechen brauchen wir noch 3 Minuten gute Sache boah schon wieder ein Tank ey das gibt's doch gar nicht oh scheiße Charger Hilfe stell ne ich habe auch einen ich habe auch einen Charger ey ich glaube wir sind so richtig gut kann das sein oh jetzt hat Alice noch nen Jockey und Rochelle ist eh am verlieren gegen den Tank und tschüss ach mein Gott ja ok ich bin auch tot da 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 aber unsere getöteten Zombies wurden immer weniger auch wenn wir ja egal es war grausam es war schlecht wir haben nur und das war das war peinlich oder wir müssen jetzt das nehmen wir nochmal neu auf also von mir erwarten die Leute nichts anderes deswegen ist es eigentlich egal ich kann das so hochladen ich weiß nicht ob es für deinen Ruf so zu zuträglich ist ach ich bin doch auch kein ich bin na gut doch wir sind ja alle Pro-Gamer komm wir wir zünden noch ein bisschen Feuerwerk hier genau mach ich auch grad im Haus das sieht echt toll aus du geil jetzt will ich wenigstens noch mal ein Medikit in meinem Leben nehmen du hast noch keinen Medikit genommen ne keine Zeit echt im ganzen Let's Play jetzt in der ganzen Folge gar nicht ich hätte mindestens 5 komm wir schießen noch ein bisschen äh du weißt das ist jetzt los du hast ne neue Runde gestartet ja du volle Idiote ja wir können da eh gleich liefen ist egal ob da noch ein bisschen ballern da hast du mit ein bisschen Action ins neue ja einfach ein bisschen in einfach mit Absicht ins Bit legen so ist richtig oh schön neues Peeling ne ja voll geil ey ne ja das kannst du nicht liegen lassen das ist grad so chillig hier im Schnee ich mach ein bisschen Schneeengel und dann ist alles geil du hast jetzt geheimer wei oh guck mal ne schöne Umarmung von Tante Charger von Tante Charger ich stell mich daneben und schau zu ok ja ok du kannst das so gut du hast nette Verwandte ich stehe ich finde die total nett oh ja ich stehe zum zweiten Mainz Bitch gut jetzt reicht's glaub ich ne ja komm also zurück zum Hauptmenü Team sie lassen ihre Teammitglieder im Stich ja das ist mir vollkommen wurscht in dieser Situation oh das ist aber das ist schade naja gut aber schöne 20 Minuten ja genau haben wir zumindest noch ein bisschen Nonsens am Ende gemacht wir haben ja gesagt die Überlänge wird am interessantesten ne ja und das wurde sie dann auch ja das war unser Geschenk ja also ähm Download Link für die Map für die Survival Map gibt's natürlich in der Videobeschreibung schreibt uns gerne in die Kommentare was ihr von unseren individuellen Spielkünsten haltet Crowlike ja genau ihr werdet sie noch öfter ertragen müssen denn wir haben jetzt ja wirklich die Intention endlich mal dieses Left 4 Day Together weiterzuführen nach langer Pause fast ein Jahr naja ja nun gut also dann abschließende Worte Weihnachtsglückwünsche für die Zuschauer Benno frohe Weihnachten frohe Weihnachten feiert alle ein schönes Fest schönes Fest besinnliche Momente wunderschöne Geschenke ja vor allem die Geschenke ne ja genau ja dieses kommerzielle Fest wird ja inzwischen nur auf die Geschenke reduziert mh das ist furchtbar ganz schön ja das ist ganz grausam naja egal also wir wünschen euch ganz schöne Feiertage noch wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem kleinen Left 4 Day Weihnachtsspecial jawohl jawohl gut ja mal das war's dann haut rein haut rein und wir sehen uns dann in der nächsten oh jetzt hab ich eine Flasche umgestoßen geil wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendwas also ciao exakt